Ich habe Angst, dass meine Kinder nicht in einem demokratischen Deutschland... Franz, München, aus der AfD! Abschieben! Was heißt denn abschieben? Wir haben selber mal die Flucht ergriffen vor den Nazis. Und ich will diese Suppe, die da gärt, und das ist von den Politikerinnen und Politikern. Ich denke einfach daran, was passiert ist und dass das nie wieder passieren darf, dass Nazis, dass Rechte und dass Faschisten in irgendeiner Form an die Macht kommen. Und wir sind gerade schon auf einem ganz bösen Weg und ich bin sehr glücklich, dass wir hier mit so vielen Menschen zeigen, dass es auch anders geht. Wir bieten auf euch! Blicke an und er da vereinigt euch! Franz, Berlin, aus der AfD! Und wir wollen das Ganze jetzt musikalisch untermauern. Wir haben schon sehr viel geschrien und ihr habt bewiesen, dass ihr laut sein könnt. Wir wollen das Ganze zusammen! Wir wollen das Ganze umgehen, das Ganze in irgendeinem Land so weitermachen! Das Ganze, wir wollen das Ganze mit dem Vertrag des Yenomers gern auf sich! Und wir wollen das Ganze umgehen, 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 das Ganze umgehen. Vielen Dank.